mal rein was hast du bisher zum Turnierverlauf und so und zu eurem Match was sagst du so dazu nicht viel okay Schalke ist so nächstes Match, nächstes Viertelfinale Schalke was sagst du bisher zum Turnierverlauf und zu eurem Spielend Schalke Nice, ja, große Spieler alle Kamorra hat ein bisschen Scheiße gemacht Naja Aber Batsi und Paradox sind ja immer noch weitergekommen Batsi ist nice Ach so, richtig geil, ja, das Turnier auf jeden Fall Du hast ja was anderes gesagt, ne? Weißt du, was du mir geschrieben hast, ne? Mhmm Booter Match Ja, aber bisher wird noch keiner gebootet so Kamera holt Mike, Kamera holt, re-play Gut gemacht Gude Reitmachen für die nächste Runde Das war so ein langweiliges Match, ja, boah Boah Welches ist das? Von mir So, 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 echt, ne? Es war mega spannend, ne? So, Verlängerung, 3-3 und dann noch Ja, und Sie hat 6-2 hinten gelegt auf Slums und noch 6-2, Freight dann zurück Suchen und zerstören Oh, das ist schon cool, man Scheiß-Lands-Mur Das Ziel beschützen Ja, Kamorra und sein Exams ist 1-0 gemacht, Kamorra hat 8-8-8-8 gemacht Chihihihihi Hihihihi Besser ist nämlich Gerade eben Easy, easy, easy Ich muss jetzt hier mal kurz vom W-Lan auf Lan Man merkt schon, du in der Stimme leckst, ja? Ja Irgendwas Also, Kamorra geht in, geht in broken 1, hockt da im Eck, Bike ist im Haus, und... Back up Ja Den Mopsenträger hat es erwischt Alle anderen sind ausgescheidet. Es gibt sonst niemanden mehr. Oh ja, das ist jetzt die Scheiß für Replay. Ja. Camorra regelt das alleine. Macht wieder Ace. Ace, Ace, Ace. Ace. Ist halt schwer, ne? Der hast du übrigens erfahren, oder? Der Camorra? Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall stark zusammen. Wir haben auch gestern gegen die gespielt. Also Raiden, ich gegen Cynex und Camorra. Und richtig kassiert. Cynex hier mit dem Thermal. DSR. Aber nur ganz kurz, Respekt. Ja, weil den kriegt. Oh, äh... Nee, ich bin bei mir dann. Nee, ich bin bei mir dann. Gut, 2-0 Stützer. 2 gegen 1 jetzt. Maik im Döner und... Danke. Maik im Döner und... Maik im Döner haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Bereit machen für die nächste. Das ist jetzt die Map von Maik im Döner, ne? Ja, genau. Sie haben Plaza genommen. Plaza? Plaza. Oh, das ist erst mal Plaza. Eine dynamische Karte-Elemente ist aus, dann ist es ohne Musik, ne? Oh, buh. Echt jetzt? Die Götte, die Musikgötter zu den dynamischen Karten-Elemente? Ich glaube aber nicht. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann's mir auch nicht vorstellen. Also, ich hab schon mal Plaza gespielt, aber keine Musiker. Irgendwie muss man das ja einstecken können. Okay. Ja, das kann gut wirklich sein. Schalke, weißt du, die kennst du nicht aus? Nee, gar nicht. Er läuft kein böser Onkel, da kennt er sich nicht aus. Metallica-Ramstein. Ja, ne. Weplay kann jetzt kommt die Nate gleich. Michael Weplay für beide noch hinten im Spawn. Ma Kamara macht auch ordentlich Druck. Drück? Drück ist schon. Da laufen. Aber der Zeit nichts ist. Das ist das dritte Mal, dass er spielt. Das dritte Mal hat er nach drei Runden noch kein Kill. Stimmt, aber. Der braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen. Ja, der muss warm werden. Oh, glücklich war mal. Entschuldigung. So kann man auch gegen zwei jetzt wieder. Hat auch einen gesehen auf A. Schönen wir gut, ne? Schönen wir gut, ne? Ja, freut. Ja, ist der Ausgleich. Ja, ist der Ausgleich. Schalke, du kannst doch irgendwie ein wenig grüßen oder nicht. Ne, ne, ne. Alles. Alles. An alle Booter da draußen fix sein. Lass mal nächste Woche so einen schönen 3 und 3 Turnier schmieren. Vollerbar. 3 und 3? Ja. Wir haben schon schon viel gehört, dass sie 3 und 3. Ja, das ist alle heiß auf 3 und 3, glaube ich. Ja, klar. Ja, man hat sich das eh schon überlegt. Wir haben uns überlegt, 4 und 4 oder 3 und 3 auch. Ja, lieber 3 und 3, ja. Ja, wenn das so, fragst du natürlich. Mal schnell 6 und 6, Schalke. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall. 9 und 9, Alter. Wir haben einenothema. Ja, das Cabot war ein bisschen. Den Boden kriegt. Kann man halt. Kein andere mal rechts. Boah. Der war noch rei. Der war noch ein. 6, 2, 3, 4, 5, 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 5. Da hey, schon der Mied STEIL. Oh, guck dir den hier um! Oh, guck dir den hier mal! Ich hör den hier nicht mehr ausschauen. Das ist der schlugt. Jaja, We Blay. Der Schweizer der Kamoran, ne? Ja. Ja. Ist der Jin so Schweizer? Ja auch. Okay. Wir haben auch eine Kon-E, ist einfach nur Ekel, die die hat. So, ich hab mir mal den Con-Legion-Player zugeplegt. Das hat eine Zeit immer noch immer gekauft ist. Bei Kult-Kamera. Wenn die Runde holen, dann muss ich jetzt aber kommen. Der ist allein gegen 2. Der läuft, kommt Döner. Oh, schön gemacht. Daher mein Bestes, der ist bereits, was wir in der nächsten Standort. Konnte nicht richtig mit dem Elm mitziehen, aber... Oh. Alle anderen sind ausgeschaltet. Habt ihr heute schon die 100 erreicht? Ja, hat schon. Stark. 105,1, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wir können es noch mal anfangen. Die Generations-Einsatzpunkt kommt langsam mal. Wir haben die direkt vom Fußball aus. Beim Fußball sind halt 20 Leute und weniger geworden. Und vielleicht kommen die meisten noch mal am Halbfinale oder so wieder. Ja, warum? Dann muss noch mal Post mal am Halbfinale also, ne? So, hier. Kamera hat Native Maka gemacht. Zweimal geflasht jetzt. Und noch... Ja, ist nice. Keine Scherze. Wie blödregungslos, Alter. Ja. Gar nicht mehr gut was. Das kann man mir richtig vorstellen. Dann wäre noch einer hinterher. Ja, wie flasht. Ja, wie flasht. Ja, wie flasht. Ja, wie flasht. Was geht denn jetzt ab? Ja, wie flasht. Ja, wie flasht. Ja. Ja. So, Zenix schauen wir jetzt mal zu. Ausgleiche der Führung. Ich guck mal, kann man mal zu, weil der ist ja irgendwie zum Rage-Motor. Replay hat auch keinen Bock mehr. 1 zu 5. Ja. Ja. Wir haben alle voll die Konnen bei. Sack, ey. Und Replay. Start. Ping-Pong, Nate. B-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. Wir haben den gesehen an der Starte. Das sind beide jetzt. Einer hat da, glaube ich, gestunt sogar. Ja. Und Replay verabschiedet sich. Er wird immer erst gestunt und angeholt, ey. Er wird immer erst gestunt und angeholt, ey. Guck. Guck. Guck, der wieder steht. Oh, dauerhaft gestunt, der Junge. Er wird immer erst gestunt und muss. Er hat nie die Chance zu reagieren. Der Junge muss leihen, ey. Der Junge muss leihen, ey. Und ich höre ihn bis hier, wie er ausrastet. 5 zu 3 erst, oder? 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 Ach so, ja, ich mache ein bisschen Werbung hier. Bei eBay. Ich verkaufe einen Arcade-Stick. Ihr könnt den kaufen. Für 150 Euro. Gude. Hey, saustark. Ja. Den habe ich gewonnen. Brauche ich nicht. Komm gerade jedenfalls bei Plaza. Dynamische Karten-Elemente aus. Gleich, äh, Musik aus. Okay. Oh, können wir die doch anlassen, das ist dort. Eigentlich ja schon mal. Nein. Das ist ja nicht so, dass da irgendwas kommt, als einfach nur... Ja, aber... Vielleicht stört den einen oder anderen. Es sind ja die Regeln, wir haben es ausgemacht, also muss es ausbleiben, so. Keine Momente. Ich könnte ja nicht sagen, okay, machen wir die mal an, wie ich stehe auf das Geräusch von den Tonnen, da. Wie die runter... Die bewegen sich ja auch. Wir sind ja eh nur die Cut-Caster-Männer. Ja. Ja, es ist keine Musik. Autopter-Schluss. So. Ja, würde ich sagen... So, was war das jetzt? 5-3-4-Kamera und Seilings, oder? Genau. Gibst du den einfach noch ein paar Sekunden und startest ja. Hörter leg bloß, ey. Ist das eine Sportshow? Mhm. Aber ich bekomm's eh nicht mit, ich guck später nochmal. Sportstudio. Wenn Mike sagt Go, Go, dann mach ich mal Go, Go. Zeilings sagt auch Go. Dann tu das mal. Dann mach ich Go. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Plaza. Zum ersten Mal Plaza. Ja. Das Kapfergelaufs. Kennt man ja so oder nicht. Haben wir einfach mit dazu genommen. Viele sagen auch, das kommt auch auf die Spawns an. Bei vielen. Wer spawns schon am besten? Ja, das kennen ja viele dieses Spielern mit 2 und 2 Grad. Aber immer so die Disco Rush oder so. Das kann ich nicht mehr so rein. Das gibt. Ich bin spät rein. Na hier, zum Beispiel, die haben das perfekten Disco Rush. Alle vier ab in der Disse. Ja und die Angreifer gewinnen. Index und Gamora mit Evo unterlegt. Nicht schlecht. Das war nicht so schnell ausgutig von Mike. Die Name. Oh. Schön gekontert. Das war die Musik bei anderen, oder? Ich weiß es nicht. Aber jetzt. So leise. Ich glaube nicht. Ich bin auf jeden Fall Camora und Cynex hat auf jeden Fall den besseren Spawn. Das ist angreifbar aber. Graffiti hat mir das übrigens gesagt. Der Graffiti. Echt? Und unser Schluckmeister? Unser HC-List. So. Alle vier wieder nie Disco würde ich sagen. Also es gibt auch noch neben der Disco was, wo man hingehen kann. Mike macht es eigentlich genau richtig. Du müsst jetzt einfach belegen gehen. Weil Cynex verschiebt schon. Glücklich, spiel mit einer Skorpion Evo. Ohne Aufsatz, ohne alles. Einfach nur mit einer Skorpion. Den Bombenträger hat er erwischt. Aber reicht eigentlich. Alle anderen sind ausgereiht. Es gibt sonst niemanden. Er geht nicht, genau das nicht. Ganz ging eins. Bein denn. Dann ne처리ß. Na was aber nun eigentlich- So, jetzt gehen wir ja auch wieder wieder. Jetzt gehen sie auseinander. Als sie sind. Komplett. Weiter geht's nicht. Weiter geht's gar nicht. Aber da geht es gar nicht. Die Messias z Flip das passt. Da geht es nun. Schneller! Die Passionszeige ist fast um. Schneller! Zeilings ist auf dem Top in der Mitte. Die Bombe ist auch irgendwo in der Mitte. Wie bleibt sie sich? Jetzt sieht sie ihn auch. Oh, keine Chance. Gegen MSMC aber. Aber es ist noch nicht vorbei. Zeilings hat halt ein Head Blitz schnell. Mhm. Und die Kugeln fliegen natürlich von oben nach unten schneller. Ja, die Skorpion. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. Zeilings brauchen vier Punkte für den Sieg. Ziel neutralisieren. Ladungen erlangt. So, sieht nach dem B. Angriff jetzt ja aus. Mhm. Beide AR. Also Replay hat sie nicht mit den Nades weiter. B wird gelegt. Ladungen platziert. Ja, B ist gelegt. Ughhg. Blitz, hättest. Blitz heutz, hättest, hättest, aber cubes die gar nicht daumen. Maik kann den ersten rausholen. jhänt, abtu, 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 abku, abtu, abru, abtu, 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 abgu, abtu, 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 abku, abgu, abtu, abtu, abzu, abtu, abku, abtu, ab term zu, abru, ab chose, abru orālorle един. das enttäuscht und das jetzt hat es so gut für team gut gemacht was das ist es ist nun ist es nur mit 6 keine Ahnung ich weiß noch nicht was das für eine Sache mit anderen Seitenwechsel der Ronny macht das Tor suchen und zerstören Ronny Hans Appel ja ist so beste Mann Ronny wie der guckt so alle vier sind wieder Disco einen Nate beide glaube ich die Stunt und oh we play hold Mike ach so ich bin der Team Nate Team Nate wirklich stark mit mich Mike Mike ist schon weg er hat's nicht mit mir hätte Camaro von hinten holen können aber da lag eine Nate tja schlecht gelaufen Mike Operation Einsatzpunkt wird gewechselt suchen und zerstören Ziel ausschalten Bombe erlangt jetzt kommt es jetzt mal ruhiger Angriff Camaro ist top dann Zynex einfach nur da lag und wartet bis der Dizze hinterläuft aber daran denkt Mike nicht ob sich dann chilligen er ist in der Beethoven er ist in der Beethoven smg gegen AR es ist einfach ganz ruhig ab ab pre-aim und warten Zynex geht langsam in die Disco Mike hockt ja mit bei einem Schiff ich bin wo wo ich bin er noch von Zynex hier mit der Eintracht denn geholt der Skorpchen der andere ist in der Mitte der sie gehen in den Projekten der Projekte aber auch so eine Art der Geistreiter als ergeblich bereit machen für die Niederlande stattgemacht und Bomben jetzt die Achtung sie sagt da ist sie in den Seitenwechsel so was kommen so auch mal kann ich nicht die Wiener der Bock ab zu zocken sie werden reitig abgesehen von vielen anderen macht man hier geht es jetzt sonst ist vorbei Wenn wir noch eine Runde holen, ist das Ende. Mike, ich zeig jetzt noch raus. Eins bis zum Eins. Komma auch gegen Mike. Das ist eine richtig wichtige Runde jetzt wieder. Mike und Hübke müssen jetzt unbedingt nachziehen. Das ist schwer bei mir, ne? Das Ding zu fressen. Ah, Camorra-Style. Mike vermutet ihn in der Disco. Camorra ist irgendwo auf B. Mein Weibach liegt da. Auf den Zeitplan 8. Also merkt einfach, diejenigen, die immer schnell legen, die holen ja nicht immer die Runde. Das ist jetzt eher nicht so. noch gut aus wo es kommt Tomat und Schüsse oder nicht Lorten Lappen das ist das in der Europäischen Union ich habe es unten rechts auf meiner Karte gesehen dass Kameraden immer Bitterkommung und bin da und gehen das ist verständlich die meisten wird natürlich die Runde übernötig die Suche es ist nicht schon vorbei ist das Ziel zerstört wenn es in Komoot und Schöne und die Runde man nicht Obwohl Rebland auch beide gestanden haben. Das ist ein Team Zwerger. Sie sind am Planten. Mike läuft jetzt die Granate. Hat sie verfehlt, ja. So, Kamera hinterläuft. Ist gleich wieder hinter Mike. Mike haut aber irgendwie ab, keine Ahnung. Aua. Ja, das war's. Schön gut gemacht von Kamera. So, Empire, schreib mir Schalt genug. Empire, der Schitter. Kann ich abbrechen, ne? Ja. Du musst aber jetzt ohne laufen lassen. Miros, lass es laufen. Schau doch, die schießen jetzt hier rum in die Luft. Oh, die... Lass sie laufen. Mach mal los. Das ist ein Ding, da geht auch was. Haha. Ha, 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 ha! es geht ja bereit machen für die nächste Runde das heißt allerdings haben wir schon zwei gute Teams jedes Mal ist Replay eine Killcam das ist der es geht kann man ja ich glaube auch Seitenwechsel na sein Name heißt Replay ne Suchen und Zertöne Abbruch Abbruch Neutralisieren Blumen